Musik Hallo meine lieben Ebayer, heute will ich euch meine Küche zum Verkauf anbieten. Die Küche ist 3,40 m in der Länge und 2,10 m in der Breite. In dieser Küche befindet sich Abdunsthaube, Zerankochfeld, Umluftbackofen mit Zeitanzeige bzw. auch mit Angabe von Backzeit und Garzeit. In der Ecke befindet sich ein Drehkarussell zur Ablage von Kochtöpfen in zwei Etagen und bei voller Umdrehung auch wieder voll verschließbar. Als Abschlussregal 20 cm breit mit drei Etagen, Zerankochfeld, Pfanne, Schnellkoch und vier diverse kleine Töpfe. Über dem Abzug befindet sich ein Gewürzregal, wo ebenfalls viel Stauraum ist für die Gewürze des täglichen Bedarfs beim Kochen. Weiterhin vier Hängeschränke mit viel Stauraum für Geschirr oder Gläser. Unterhalb ein Edelstahlspüler mit Schwenkarm, mit Düse, so dass man auch hier wirklich sehr schön die Becken reinigen kann. Jetzt gehe ich weiter um die Ecke rum. Die Küche befindet sich in L-Form. Auf der 2,10 Meter Seite habt ihr nochmal drei Schubkästen. Ihr habt die Möglichkeit, Geschirr unten einzulegen. Und eins mit Auszügen. Ideal für Besteckkästen. Sehr viel Stauraum. Die Ablagefläche ist aus Eiche furniert. Bei dieser Küche befindet sich eine Unterbeleuchtung, die durch eine Kranzleiste verdeckt ist, die individuell einzeln ein- und auszuschalten sind. So, meine lieben Freunde, wir gehen jetzt gemütlich Kaffee trinken mit dem wunderbaren Kuchen, den ich hier in dem Backofen gebacken habe. Ich wünsche euch viel Spaß mit der neuen Küche und sage bis auf bald. Tschüss! Tschüss!